Als Maler und Lackierer in Kodersdorf biete ich Ihnen Zuverlässigkeit und Qualität vom Beginn der Abdeckarbeiten bis zum Verlassen der Arbeitsstelle. Von Maler- und Tapezierarbeiten über das Anbringen von Bodenbelägen bis zu Fassadensanierungen gehören zahlreiche Arbeiten zu meinem Leistungsspektrum. Außerdem übernehme ich weitere Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an Ihrem Haus und entferne mögliche Schadstoffe. Bei weiteren Fragen berate ich Sie selbstverständlich, kompetent und umfassend, denn Ihre Zufriedenheit liegt mir stets am Herzen.